Hallo und Herzlich Willkommen bei DRAGONS DOGMA La connection is the bullet here, we can hear Humboldt Überzeugend ist der menschliche Wille, der seine größte Kraft erreicht Honor the Blaze Ich hab doch eigentlich Untertitel an Ja, ich hör dir zu Oh So wie das Sovereign? Oh mein Gott. Wir sind also der König. Oh mein Gott. Oh. Okay. Ausgräberstätte Kerker. Wollen wir jetzt in den Kerker gesteckt oder war das jemand anders? Okay. Um. So. Kleinen Moment. Ich will mal eben checken, ob der Ton in Ordnung ist. Okay. Okay, der Ton kann noch ein wenig leiser. Uh. Krass. Wieso ist denn das jetzt gecrashed? Okay. 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 Das sind wir. Oh, ne. Die sind nicht so alt. Okay. Okay. Ja, tue ich. Ja, ich folge dir. Okay. 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 Ja, bewege ich bereits. Okay. Okay. Telefon. Oh, der läuft hinter mir lang. Okay. Okay. Ja, ich lauf hinterher. Okay. 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 Das Loch. Okay. Hallo. Hallo. Ja, sorry. Ich kann nicht so schnell. Irgendwie. Ich habe einen Pfeil zum Knie bekommen und seitdem kann ich nicht mehr laufen. Okay. Der stampft auch durch die Gegend. Das ist ziemlich lustig. Rook. Ne, ich, ja. Ey. Ey, ja. Tut mir leid. Ja, ich bin dabei. Ah, jetzt kann ich laufen. Okay. Okay. Ich lauf hier hinterher. Boah, das hasse ich ja bei Spielen, ne? Wenn der Charakter schneller ist als die NPCs. Ja, ich gehe zur Arbeit. Ja, ich gehe zur Arbeit. Hebe einen Felsen auf. Okay. Okay. Ja, kann ich machen. Ja, weiter. Okay. Laternen in LB und rechts. Oh, cool. Cool. Ja, werde ich machen. Oh Gott. Hallo. Hallo, sehr. Ja. Was ist der nächste Schritt? Oh. Ey, ja. Dann lass mal Kunden gehen. Okay. Was erwartet uns hier? Oh. Bedusa. Nice. Oh, ich weiß. Oh, das ist. Oh, das ist der Fall. Oh, das ist der Fall. Das ist der Fall. Und das ist der Fall. Auch bei der Gäste der Leben. Jetzt! Okay. Sturmattacke mit X. Okay. Okay. Boulders, barrels and light can make effective weapons with clever combatants. Ja, wir fahren hier einfach jetzt mal mit. Äh. Was macht der da? Ach der fliegt, okay. Oh. Ich konnte auch hier barrels nehmen. Ach, mit RT. Oh. Ey. War das jetzt absichtlich? Oh, wir haben genügend Schaden gemacht anscheinend. Cool. Are you on hand? Ein grüner Mann. Okay. Oh. Durch die Fässer durchgelaufen. Ja, wo wir fliehen. Okay. Oh. Da ist er. Okay. Okay. Oh. Oh. Auf den Hypo greifen. Ja, ich gehe schon. Ich fliege, besser gesagt. Okay. Capcom präsentiert Dragon's Dogma. Und wo steht die zwei? Yun Takeshi. Yoshida Hirobashi. Naoto Oyama. Daigo Ike no Makota Ikehara. Bingo Morisha Nito. Kenshi Suzuki Sasuke Nakano Akira. Ryo Yoshii Satoshi Hori. Ah, jetzt wird es zu viel. Aber Endo ist ein cooler Name. Okay, werde ich jetzt runtergeschossen oder was? Oh, das ist ein Pfeil. Oh, fuck's sake. Okay. Und runter geht's. Ideo Itzuno. Ja. Und damit willkommen in Dragon's Dogma 2. Und meine Kamera ist abgestürzt. Cool. Ah ne, die wird ja deaktiviert, sobald... ich das Bild aushabe. Ah, so fühle ich mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Okay. Pray, keep your distance arisen. Worry not for me. The grind may swallow me whole. But I will not perish. There is a stone not far from here, known as a ripstone. Pray, seek it out. If you are truly the arisen, then our paths will surely cross again. Okay. Krass. Oi. Ja, denn ich bin ein Greif. Das ist ein Wunder, dass du überlebt hast. Die Firma mit der Stronghold. Wir werden deine Wände und hören deine Geschichte. Okay. Geil. Achievement. Den Fesseln der Sklaverei entkommen. Grüßen. Okay. Sehr melden. Ja, das ist richtig, Herr Klinger. Ich wusste, dass es hier ein Kaffee gibt. Ah. Okay. Auftragsliste. Oh, das ist die... Oh. Cool. Ausgrabungsstätte. Ah, da waren wir. Das ist also die Karte. Und hier sind wir lang geflogen. Äh. Gedrückt halten. Auftragsliste. Der Beginn eines Epos. Justin. Justin wird dir den Weg zur Festung zeigen. Folge ihm. Holy. Gegenstände. Okay, das sind unsere Gegenstände. Das ist jetzt die... Was ist denn... Ah. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder eine dir bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien zuerst dem Inventar des Erweckten oder dem der Vasallen entnommen werden sollen. Okay. Ich hab nix. Karte hatten wir gerade. Aufträge hatten wir auch. Ausrüstung. Oh. Kopfschutz, Körperschutz, Beinschutz, Oberkleid und Ringe. Ja. Okay. Status. Okay. Chronik. NPC-Log. Frank Fisker. Justin. Okay. Okay. Das sind die Leute, die wir gesehen hatten. Rook. Foto-Modus. Hm. Und wie mach ich ein Foto? Aktuelle kann alles zurücksetzen, die Fahnen zeigen. Äh. Ah, man kann sogar. Ich bin jetzt einfach mit F12 oder was? Ja, toll. So kann man also ein Foto buchen. Ah, okay. Tutorial Logbuch ansehen. Das Spiel neu laden. Wenn du stirbst, kannst du mit Optionen von deinem Abenteuerverteilung die Verluste erhöht. Während diese Option dir ermöglicht, weiter zu spielen, ohne allzu viel Fortschritt zu verlieren, hast du einen signifikanten Durchein-Nachteil durch deine reduzierte maximale Gesundheit. Es wäre daher klug, die Zeit zu nehmen, dich während deines Abenteuers in regelmäßigen Abständen in Gasthäusern und Lagern auszuholen. Die Karte. Öffne die Karte, um deinen aktuellen Standort zu sehen und das umliegende Gelände zu überprüfen. Informationen über Orte, die du schon besucht hast, werden ebenfalls angezeigt. Kombinieren von Materialien, das hatten wir schon. Kampf. Ergreife kleinere Feinde, okay. Klammern, Größen, Feinden. Laufbahn, Kernfähigkeiten, okay. Ausrüstung, Gegenstände. Okay. Oh Gott. Logbuchspieler, gespielte Zeit. Oh, Truhe müssen wir öffnen. Arznei-Trank. Nice. Das habe ich dem direkt erzählt? Oh. Ja, okay. Oh, Goblins? Kobolde? Ko- Ko- Go- Ja. Äh, Waffenfertigkeit, Grundhaltung. Nice. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks. Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. Okay. Land attacks are more destructive, but will leave you vulnerable. So seize your chance to land one the moment the enemy flinches. Okay. There are often items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Ja, bin ich nicht. Oh, da sind Eier. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Ein Apfel. Gut. Wie kann ich denn Waffen wieder wegstecken? Ah, mit LB. Das blinkt hier auch so komisch. Verwerkter Zweig und Gold. Was krieg ich hier? Sorry. Ich erkunde nur... Oh, das blinkt wieder. Grün-Lattich. Oh. Oh. Falschen Knopf gedrückt. Oh. Oh. Sogar ein Stufenaufstieg. Nice. Bringt das irgendwas? Gegenstände. Ja, das sind meine Gegenstände. Ah, kann ich für Pfeile verwenden? Kannst du mal... Ausrüstung. Okay. Sprinten und Ausdauerverbrauch. Okay. Okay, das kennen wir ja schon. Oh. 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 Willkommen, Arisen. Wir Pawns haben lange erwartet Ihre Aufmerksamkeit. Was ist das? Die Pawns? Sie sind unter dir so schnell, aber dann... Nein. Sie können nicht Arisen sein. Sie suchen die Riftstone, nicht? Nein, wir können dich an die Riftstone nehmen. Herr, komm hier. Ich folge dich. Bevor du standst, eine Riftstone. Okay. Es ist ein Garten, an dem wir von der Pawns-Legion in diesem Weltkrieg kommen. Das hört sich die ganze Zeit an die Pawns-Legion. Laufbahnbogen schützen. Abschließen. Kyra, Kyra... 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 Kyra, Kyra... Kyra, Kyra... Kyra, Kyra, Kyra... Nach Luca. Däsentiere den Folge еst nicht. In fuera belle Phase. Snyder Kamera. Ja. Vieré. ihi. Untertitelung des ZDF, 2020